Sooo... Ich weiß noch nicht ob ich... Oh Gott, das ist mein zweites Spiel mit der Jägerin. Also mein zweites Spiel mit dem Killer insgesamt. Oh mein Gott, ich hab drei Blutpunkte. Das ist ja wahnsinnig viel. Ich starrte einfach weil... Oh, ich kann ja gar nicht. So nicht. Warte einfach. Ok, eine Meg, eine Nancy, nehmen wir eine David. Ich hoffe aber die sind nicht gut, glaube ich. Ich bin mal gespannt wie das wird. Ich bin ja nicht so ein erfahrener Killer. Ok, ist er verletzt, kannst du ihn aufspielen, wenn er seinen Schmerz nicht locken fällt. Ja, vielleicht. Ich werde mal sehen, ob ich ihn höre. Ob ich hab das Gefühl, ich hab Flechtohren. Mein erstes Spiel war ja eine mittlere Katastrophe. Ich starte bald eine Nancy von einem Ausgang und dahinten ein paar Generatoren. Und hier ist auch einer. Gehen wir mal als erstes zu dem hier. Nein! Nein! Shit! Shit! Rüft die Blatt ganz in dem Kreis? What the fuck? Ja tatsächlich, aber komm, ich schlag ihn einfach, what the fuck? Mein Gott, ich hab aber lang zu ihm gebraucht. So, wo ist jetzt so ein blöder Haken? So schwer ihn zu tragen. Komm, hängen auf den Fluss. Eigentlich mal einen überlebenden Aufgang. So. Oh, hier drin höre ich doch was. Oh, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Oh, ich hab ihn gesehen. Leider kann der Beine mehr. Heute gibt's Zweckmacht, wo zu jagen. Der brennt einfach weiter preis. Irgendwie brauche ich mal frei. Ich jagt diesen Typ für Irre. So dämlich. Endlich mal. Das tut mir ein bisschen leid, aber es war halt eben der Typ, den ich als erstes gesehen habe und ich habe noch keinen Schrank gesehen. Das tut mir leid. Komm her. Braucht ein bisschen frei. Das tut mir so leid. Oh gut, häng ich ihn auf. Komm. Wo war er denn? Da ist er doch. Kann ich ihn jetzt endlich auf? Es tut mir leid. Es tut mir leid, Junge. Ups. Ich denke mal mit linke Maus, dass der hängt nicht drauf. Das nervt mich ein bisschen. Ich muss mich das Ding mal beschädigen. Ich bin so dumm. Meine Fresse, das läuft ja schon. Ich vergesse das manchmal. Die sind ganz schön weit hinten, die Generatoren. Ich muss mal mehr zu den Generatoren gehen. Das weiß ich nicht. Ich bin so dumm. Ich bin und geguckt. Was ist das? Läuft sie gerade immer im Kreis? Oh mein Gott! Okay, Glück gehabt! Ich hätte mir immer neue Äxte holen sollen. Neue Äxte? Oha! 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 Okay. Oha! Oha! Tut mir leid. So. Okay, mein Ton ist weg. Okay, jetzt ist er wieder da. Ich hab immer gedacht, dass sie zu dem Generator gehen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Ah! Komm, komm, jag ihn einfach. Ah! Okay. Ey, das ist mein zweites Spiel als Jägerin. Also dafür, finde ich, läuft's gar nicht so schlecht. Oha! Bin echt zufrieden. Vielleicht lade ich das doch mal hoch. Aber nur weil's das zweite Spiel ist. Ach, tut mir leid. Kannst du mal... ... mich das Ding kaputt hauen? Hallo? Kann ich nicht? What the fuck? Warum kann ich das nicht kaputt hauen? Oh mein Gott. Das war doch gar nicht der, wo ich hinwollte. Armable. Ah, wild wild. Ich muss ihn doch irgendwo hören. Oh, halbe. Tja. Tut mir leid, mein lieber Freund. Oh, da ist hier ein Haken. Ne. Warte. What the fuck? Warte auf, da ist er. Ich dachte jetzt schon. Dann darf ich ja irgendwo auch entsprechend in der Nähe sein. Da ist übrigens niemand, was ich gesehen habe. Na, warten sie irgendwann in der Nähe? Da hinten jemand, die beiden Rennen sehen. Oho. 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 Da gibt's ja nur in der Nähe. Glaub ich. Ich stelle einfach in den Keller. Interessein hatteicion. Oho. Also, ich habe keine Ahnung, was das eine ist, noch was das andere ist. Was ist denn tot um das? Dieser eine Generator, der schon ein paar mal von Bill angefangen wurde. Halt hier. Oh! Kann ich hier mal fließen? Hier ist eins. Und da bei mir ist eins. Ne? Irgendwo muss hier ja sein. Ich muss hier einfach mal irgendwie einen Ball werfen. Äh... Ich wollte gerade sagen, die im Keller sind doch nicht gerannt. Das tut mir irgendwie echt leid. Aber ich möchte jetzt irgendwie alle für Überlebenden aufhängen. Das tut mir auch. Das tut mir echt leid, Luna. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh mein Gott. Schade, ich hätte gerne noch weitergeschrieben. Das war cool. Hat mir richtig gefallen. Gut, okay. Das Spiel wollte nicht, dass ich weiter in die Lobby gucke. Dann sage ich von dieser Folge Bye-Bye. Das war eine coole Killer-Folge. Auf, bis zum nächsten Mal. Dann spiele ich vielleicht wieder die Jägerin. Hat echt Spaß gemacht diesmal. Bin ich froh, dass das ein niedriges Level ist, ey. Oh mein Gott. Ich war eigentlich nicht so gut. Ich habe vielleicht die Leute verloren in all dem Gebüsch. Meine Güte.